Hallo und herzlich willkommen bei Virtuos und einer neuen Folge Planet Zoo, dank dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Letzte Folge haben wir ja hier unser schönes Territorium für die rosa Flamingos gebaut und heute möchte ich mich um die Krokodile Gangawal schieß mich tot kümmern. Die sollen hierher kommen. Den Fluss habe ich schon mal ein bisschen durchgezogen wird aber hier noch mal kurz weggerissen. Hier müssen wir nämlich noch mal ran. Hier soll es so einen kleinen Abtritt geben, wo man dann so halb unter Wasser gucken kann. Ja und dann schauen wir mal wie sich das ganze hier entwickelt. Noch Lauf mal gut. Plus hier ist es ein bisschen runter gegangen, warum auch immer. Ich glaube Durst und Hunger müssten wir uns mal hier noch mal in der Ecke drum kümmern. Sollte aber alles kein Problem sein, also bleibt dran. So starten wir doch einmal ab, indem wir das Wasser weg machen. Scheiß mal auf die Vögel, auf gut Deutsch gesagt. Ich werde ihnen hier einen kleinen Weg nach unten setzen, wo die quasi halb unter Wasser laufen können. Das ist zumindest mein Plan. Und deswegen gehen wir hier den auch mal direkt schon mal die Brücke rüber. Denn hier da soll ein Wasserfall entstehen. Also da kann man dann auf jeden Fall glaube ich das Wasser sobald das hier steht auch wieder befüllen. Zwischen die Vögel einfach nur wieder in ihre Karton so gut ist. Jetzt muss man hier nur vernünftig hochkommen, dass er nicht zu weit und zu lange unten ist. Das ist ja immer so das Kriterium hier. Man sieht das schon, das ist gar nicht so leicht. Mit den Wegen. Aber es geht. Irgendwie geht es ja immer. So. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir hier das mit dem Land schön auffüllen. Das soll ja noch halbwegs vernünftig aussehen. Alles glätten, so weit wie es sein muss. Und dann kommen wir hier mit den Steinen ran. In der Mitte machen wir uns das mal wieder ganz einfach erst mal. Das Ausdekorieren der Grünflächen und Wege kommt irgendwann später dran. Aber ich mache das halt wieder offline. Also wenn ich mal Langeweile habe. Das ist auch viel Fisselfußarbeit, die keiner haben will. Aber so es geht. Ich glaube ich relativ zügig vorwärts diesmal. Die letzten Folgen waren schon echt lang. Das ist mir mal so aufgefallen. Hier den Gegenpart natürlich auch direkt anschließen. Und dann gucken wir mal, dass wir die Barriere hier haben. Wir setzen erstmal nur eine normale Glasbarriere hin. Die werde ich dann später ersetzen. Durch nicht sichtbares für die Tiere. Ich habe es nur gerade noch nicht freigespielt. Das Glas tut es ja auch. Ich wollte mir die mal hier noch hinsetzen. Und das dementsprechend mal ein bisschen erweitern. Muss ja nicht mal direkt am Fußweg sein. So geht das dann glaube ich ganz gut. So hier noch unter dem Wasser durch. Und auch hier drüben den Steinring nochmal fertig ziehen. Bei mir Gehegebau ist am meisten Steinringe ziehen. Das würde sich auch noch ändern. Aber es ist ein großer Teil. Bin ich ehrlich. Wir werden demnächst auch mal wieder richtig bauen. Hier kommt auch so eine Halbinsel hin. Hier möchte ich den Niematschgub oder sowas draufsetzen. Was die glaube ich später freigespielt bekommen. Hier alles schön einklätten. Auf und Ab Wege. Dann gehen wir jetzt hier nochmal unter der Brücke schnell durch. Dann haben wir das Thema nämlich auch gegessen. Das nochmal sanden. Weil irgendwie... Vorher ist halt immer braun geworden, wenn man das so gesetzt hat. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Zack. Vögel alle freilassen. Und da haben wir den noch hier schon halb unter Wasser. Sehr schön. Ein bisschen was dran arbeiten. Und hier drüben den Rand natürlich auch noch lang ziehen. Diesmal hier auch im Gehege gern. Ist ja eh die Rückseite. Die ist jetzt nicht ganz so wichtig, wenn die so perfekt ist. Aber wird nach und nach auch angepasst. Weil der Zoo soll nicht nur im Bereich der Tiere schick sein, sondern komplett schick. Dann ziehen wir das hier nochmal ein bisschen größer nach. Damit das auch wirklich quasi wie ausgestanzt hier ist. Ich muss hier noch eine kleine Verbindung schaffen, dass die hier halt nicht drüber gehen können. Das ist wichtig. Und betten das Ganze hier nochmal ein bisschen ein. Mit Stein. Wo sie rüber laufen können im Endeffekt nur. Ich freue mich, wenn das Gehege steht. Ist so grob auch dieser Bereich hier fertig mit dem Gebäude an sich. Das sieht dann super aus. Also ich bin begeistert. Ich synchronisiere ja die Speedpils nach. Geht ja sonst nicht anders. Weiß ich wie es ausgeht. Das ist ja das Gute. Ich weiß mehr als ihr. So nochmal ein bisschen anstreichen das Ganze. Ich wusste halt nicht mehr genau, was ich jetzt hier an Anstrich brauche. Aber haben wir glaube ich fast gut getroffen. Hier auch nochmal die Steine und die Ecken dicht machen. Und dann machen wir mal die Barriere rein. Ist immer ein bisschen kompliziert hier mit den Türen. Irgendwie will halt da die Verbindung nicht ganz so wie ich. Aber mit ein bisschen hin und her schieben klappt das dann schon. Mal abreißen. Neu setzen. Irgendwann hat er den Winkel, den er braucht. Und dann ist alles schick. So und da passt es auch schon. Leider habe ich den nicht weiter nach hinten bekommen. Das heißt, ich musste mir hier eine kleine Notlösung einfallen lassen. Ich setze einfach nochmal ein Bauwerk davor. Und hier die Tür so zack und dran ist das Ding. Geht eigentlich ganz gut. Und hier die Ecken einfach nochmal so ein bisschen mit Stein verstecken. Dann passt das. Das Gehege weiter rumziehen. Natürlich auch wieder alles natürlich. Hier können wir uns direkt an das Gitter setzen. Und hier haben wir ja schon alles soweit fertig. Ich liebe Gehege lieber etwas größer. Natürlich. Es gibt zwar so viele Tiere. Ob man die dann alle runterkriegt weiß ich nicht. Aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Und auch hier diese werden ja riesengroß. Und dann brauchen die nun. Die werden ja auch viele. Und dann brauchen die halt auch den Platz. Jetzt müssen wir hier noch den Eingang schnell schaffen. Dann kopieren wir uns das ganze Ding einfach mal. Das spart uns eine Menge Arbeit. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen malern. So viel Grünzeug brauchen die auf jeden Fall nicht. Ich bin mir nur nicht mehr ganz so sicher was die wirklich brauchen. Ich habe jetzt hier viel Stein gemacht. Ich werde später nochmal mit Sand ein bisschen nachbearbeiten müssen. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Das kostet ja kostet dann gar nichts. Ja nochmal ein bisschen Steine. Und dann geht es los mit den Pflanzen. Das ist wie gesagt wie beim Flamingo Gehege lieber ein bisschen mehr. Und ähnliche Titel die sie halt auch nutzen können. Also die sie auch wollen zu 80 Prozent. Wieder gleiche Pflanzentyp wie drüben auch. Sollte auf jeden Fall mit drin sein. Und halt hier auch vor allem die Steinkanten alles so ein bisschen mit anpassen. Die Ecken die so ungünstig sind. Alle ein bisschen verstecken. Oder durch Eyecatcher. oder halt übersehbar machen. Finde ich persönlich immer. Riehebaume im Wasser finde ich jetzt auch mal nicht so schlecht. So ein Bambuschdäuschen. Eine Ecke. Oben eine Ecke. Also so peu a peu. So ein paar Ecken. Ich habe auf jeden Fall weniger gemacht als bei den Flaminos. So wie ich schon mal gesagt. So und da haben wir das Gehege soweit auch schon mal fertig. Hier habe ich richtig hohes Fehler gemacht. Das sehe ich gerade. Löschen. Löschen. Das geht hier so mal gar nicht. Das müssen wir mal ganz schnell überarbeiten. Dann können wir uns nämlich auch schon die ersten Tierchen besorgen. Die Wege sind gelegt. Und sieht glaube ich gar nicht so schlecht aus. Nicht ganz so zugebuchert wie das hier. Die brauchen auch glaube ich viel Lauffläche. Hier die Brücke ist soweit auch erstmal angeschlossen. Hier möchte ich dann auch noch einen Berg hinsetzen mit einem Wasserfall. Der dann hier so lang geht. Ich glaube das wäre ganz cool. Der Ausbau hier findet irgendwann später statt. Genauso hier oben. So Tiere, Tiere, Tiere. Ich habe keinen im Petto. Deswegen müssen wir hier jetzt mal suchen gehen. Den mit G. Die. Geh. Die. Ganges. Gavial. So. Da ist er. Oh gibt aber nicht viele. Aber das reicht mir ja auch schon. Von Anfang. na komm holen wir uns mal zwei Männchen, oder? und noch ein Weibchen so gesendet, jetzt will ich noch das eine Männchen haben na guck mal hier ohja ich liebe diese Sachen mir dieses scheiß Vieh der andere ist mir viel zu teuer einmal probieren wir es noch nein keine Chance ok, jetzt müssen wir unserem Zoo natürlich noch dementsprechend zuweisen in den Arbeitsbereich der rosa Flamingo wird erweitert auf das Ding hier dann hoffen wir mal dass die ersten Tierchen schnell reinkommen ich ziehe kurz noch die Forschung an ich bin hier nämlich schon an Gehege machen den müssen wir dann auch noch erforschen um das hier vor allen Dingen in eine und durchsichtige Plattform zu setzen erstmal der erste ist schon an Bord dann können wir hier auf jeden Fall die Punkte setzen da sind sie doch die Uten wie gefällt es euch denn hier Bepflanzung ist ok ihr wollt ein bisschen mehr Sand haben das kriegen wir auch noch hin ein paar Gras dürfen wir doch Gras dürfen wir noch weg machen gleich haben wir ja nichts anderes mehr reicht so jetzt kann es euch ja nun gut gehen die Forschung kommt später dran ich versuche mal einen Tierflieger herzuholen scheint aber zu funktionieren sehr gut gute Laufwege hier passt alles dann gehen wir schwimmen hier soll auch noch so ein Schlammbad später drauf ist zumindest mein Plan hier habe ich ja schon das Ding hingesetzt sieht es mit einem Vandalismus aus hier ja ich muss unbedingt mehr für die Bildung na was soll es denn noch machen ey ich habe schon hier drinnen was reingesetzt ja auch nicht da haben wir auch schon mal welche da haben wir auch schon mal welche übrigens sehr geile Eingang gewonnen ich finde und da ist ja hier drinnen den Bereich auch nicht komplett abgedeckt aber das wird ja später wäre hier schon mal eine schöne Ecke wenn wir das jetzt finanziell halten können wäre das schon mal super so da sind schon welche die abgehauen sind noch 0 also es läuft definitiv läuft es ja guck mal da kommen auch die ersten ja guck mal da kommen auch die ersten ja guck mal da kommen auch die ersten ich finde hier diese Unterwasseransicht finde ich ziemlich nice wenn das da jetzt nicht sehr dicht aussieht aber ist egal ich glaube ich kann die Barriere durch das Wasser nicht bearbeiten die brauchen eine Weile bis sie sich akklimatisiert haben dann kommt ja noch ein bisschen mehr Viecher rein dann peu a peu annähert sich das Murmeltier hier der Gang ist auf jeden Fall auch gewährleistet wie das hier unten aussieht aber ist ja völlig wurscht kommt es von A nach B ja sehr cool damit ist dieses Gehege auch schon mal fertig geworden ich sag ganz herzlichen Dank fürs Zusehen dann sehen wir uns nächste Folge wieder beim nächsten Gehegeplan bis dahin und Tschüss 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 bis dahin und Tschüss